Hallo! Footlose, der Tag bzw. das Final. Im ersten Durchlauf haben wir ein Tag, im zweiten Durchlauf haben wir zwei Tags und am Ende haben wir, nachdem wir zweimal C gemacht haben, einen normalen Tag und das Final am Ende, der Doppeldrehung und den Griff an hinten. Gehen das mal durch, stehen auf dem linken Fuß und haben eine Grapevine Struktur grundsätzlich mit 1, Cross, Seite und Stomp. Zurück, 1, Cross, Seite, Stomp. Zweiter 8-Count, also insgesamt 16. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist der Tag. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einmal oder zweimal und am Ende, beim zweiten Durchlauf, das Finale, ziemlich ähnlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt drehen wir uns doppelt. Fünf, sechs, sieben, acht. Über den Hut. Das war schon alles. Footloose, Tech und Final. Und nachdem. Passt das, wo sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht. Sofiert, das war schon. Passt das, wo sieben, acht, sieben, acht und acht. Ich glaube, eigentlich nicht das, was das, was das ne? Sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben. Und sofiert wird ein, acht, das ist das so war. Ich habe angefangen, sieb.